Hallo liebe Kollegen in Datteln, ich bin Thomas Sitte von der Deutschen Palliativstiftung und ich möchte euch ganz ganz herzlich zum 10. Geburtstag gratulieren. Wir selbst hatten ja auch gerade unseren 10. Geburtstag und ich freue mich riesig, dass wir jetzt ja gleich alt sind und auch gemeinsam weiter vorwärts gehen können und hoffe, dass wir euch noch bei eurem tollen Projekt und bei eurem tollen Kongress auch, den Kinderschmerz- und Palliativkongress noch viele Jahre sehr gut unterstützen können. Viel Erfolg weiterhin und herzlichen Dank für euer Engagement.